Und ich traue mich zu füllen, den Schluch zu fallen. Und ich traue mich zu, weil ich auch niemals anders wollte. Deswegen fahre ich noch einen vierten Stock. Aber wenn ich den Eternen fünften Stock gesperrt bin, kann man einfach drauf füllen. Deswegen würde ich so einen vierten, fünften Stock fangen. So einen vierten Stock. So einen vierten Stock zu fahren. So einen füllen! Das war's. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017